Was für eine Session hast du gerade gehalten? Zuletzt war die Session DRM Schutz oder Schaden. Davor hatte ich die Session Flash Fiction. Und kannst du ganz kurz mal sagen, um was es ging? So zwei, drei Sätze. Also in Flash Fiction ging es darum, quasi Literatur in den öffentlichen Raum zu bringen und dafür Mitstreiter zu finden. Bei DRM Schutz oder Schaden ging es darum, die Frage zu stellen, ob DRM für den Berufsmarkt sinnvoll ist oder ob das nicht mehr die Kunden schädigt und dadurch auch im Endeffekt ja wieder den Berufsmarkt setzt. Und wie war die Stimmung so? In der ersten Session war sie sehr entspannt, sehr offen. Die Leute sind mitgegangen und haben auch eigene Ideen eingebracht. In der zweiten Session war sie dann schon eher skeptisch zum Diskutieren an. Ja, sind leicht ins Diskutieren gekommen und auch viele kritische Stimmen zu meinen Thesen gekommen. Aber es fanden richtige Diskussionen statt? Es fanden richtige Diskussionen statt. Es war auch in beiden Sessions sehr voll und es war sehr dynamisch. Welche Ergebnisse nimmst du da jetzt mit raus für dich? Erstmal, dass zwei Sessions zueinander ein bisschen zu anstrengend sind. Und ja, also ich denke, dass zumindest es sich lohnt, mit einigen Leuten weiter zu diskutieren und auch weiter zu arbeiten und dass sich dann noch viel ergeben kann.